Alles klar Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part. Hier haben wir auch gehört, nachdem quasi Silas und Rosé eskaliert sind. Ah, leider kein Ticket. Aber gut, wahrscheinlich will die nette Wesker auch kämpfen. Ich gehe sehr stark davon aus. Ja, genau. Ja gut, ich kann sie davon nicht abhalten. Nice. Hat sie jetzt auch diese Zyklope da am Start? Tatsächlich, lol. Was? Des Ostens? Ah, hä? Was steht da? Äste oder so? Was? Keiner weiß. Einfach irgendwas hinschneiden. Ich habe es nicht ganz gesehen, aber ist da schon irgendwas? Des Ostens? Äste? Keiner weiß. Aufrichtiger Kai-Shin. Ja, ja, komm nur mal ran. Wir sehen, wie aufrichtig du bist. Face my power! Hoffentlich gewinne ich die AI-Kämpfe, weil die Berserker machen viel Schaden. Vielleicht hören sie auch sofort um. In der ersten Runde. Vielleicht, vielleicht noch nicht. Schauen wir mal. Jedenfalls willkommen zurück. Was glaubt. Wie geht es euch? Ich hoffe, alles ist noch nicht soweit. Und genau. Jetzt machen wir weiter mit Dragon Ball Heroes ein bisschen. Ich habe, by the way, die Musik nicht geändert. Alles so, wie es ist, lasse ich, sofern es klappt. Das ist meine... Wenn ich es geändert werden muss, dann passt das. So, jetzt... Ah, wieder 5 verändern. Okay, reicht nicht. Jetzt würde ich nur Essay. Jetzt hast du uns gewinnen. Das ist richtig. Das gibt's doch nicht. Genau gleich wie letztes Mal. Im letzten Part. Also, das war auch so knapp. Krass. Keiner weiß. Naja. Ah, mein Herr. Komm, bleib dran. Aua. Aua. Ups. Was mach ich? Ja, ich wollte nur, dass es schnell vorbeigeht. Greif an und lass mich in Ruhe dann. Oh, oh. Aber nicht schlimm. Halt! Dafür habe ich Gold mit dem Cooler. Bam. Aus der Erholung und den Job. Dankeschön. Was? Der ist immer noch begeistert. Ja, ja. Lassen Sie das. Nee, ich brauche keine Modulen. Raus mit dir. Danke. Oh, my God. Genau, das ist auch der Erholung. Dankeschön. Raus mit euch. Danke. Also, nach vorne wieder. Danke. Yo, genau. Alright. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Angriff. Wir behalten diesen Kampf jetzt. Äh, wozu auch immer dieser Kampf da ist. Weiß nicht. Es war schon tragisch mit den Kites, ne? Wie die gegen Kid Buu gekämpft haben und verloren haben. Kennt ihr die Szene? Ich glaube, die haben nicht viel im Kopf. Aber die kamen im Anime, glaube ich, oder? Es war kein Special oder so. Oder täuschte ich mich da? Hm. Jedenfalls sieht man, wie die Kites gegen Kid Buu anfangs gekämpft haben. Vor lang, lang Jahren. Ja, genau. Ja, und unser Kaischen hat halt überlebt. Aus dem Kampf. Es war echt, das war echt, äh, ne? Schöne Szene. Also, schöne, weil es so episch war, sag ich mal. Oder nostalgisch. Meist interessant. Aber jetzt friss erst mal hier meine goldene Gekidama. Supernova, Supernova natürlich, hart. Hey, Ozao, du hast dich keine goldene Gekidama. Ich weiß, ich weiß. War nur Spaß. Ja gut, raus mit euch. Warum redet Trunks immer so lang? Ein Heap und danke. Ach so, wir haben auch die Super-Tags. Stimmt ja. Naja. Hätten wir das auch geklärt. Ciao. Boah, wir schauen. So geil, einfach. Aber jetzt raus mit euch. So, alles klar. Jetzt. Ja, ich wollte sagen, gehen wir runter oder hoch. Aber ich muss erst mal den Kampf hier machen. Genau, jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Kommt sicherlich eine Sequenz. Irms ist ja auch am Start. Unser Boy Irms. Guck mal, was mit dem abgeht. Let's go. Hey, einen Moment. Diese Typen lassen uns links liegen, um gegen einen zu kämpfen. Ich habe genug von diesem Schwach-Martin und ihrem Unsinn. Und was wollen wir jetzt machen? Nun, wenn die beiden sich gegenseitig ausschalten, spart uns das eine Menge Arbeit. Aber wir müssen uns sicherheitsserber wohl für eine Seite entscheiden. Beide sind unsere Feinde, aber Silas ist schuld an dem Chaos, in dem wir uns befinden. Wir sollten uns zuerst um ihn kümmern. Also heißt das, dass wir uns im Klub für schwarz zusammen... Hä? Was? Lol. Okay, auf geht's. Mach du überhaupt mit? Ach, Alter, wie geil. Oh mein Gott. Ja, sie lassen es bitte auf jeden Fall erst mal anpacken. Und ums. Ha, krass. Du brauchst dich auf ihrer Seite zu sehen jetzt. Die kennen sich. So ein ungeriegter Auftrag müsste für Anassid beschämend sein. Du wirst dich, ich habe vor, meinen Auftrag zu erledigen. Ich mache nur bei seinem kleinen Spielchen nicht mit. Mein Auftrag wird erledigt, sobald du jetzt bist. Okay, krass. Komm ran. Das wird echt interessant jetzt. Oh my god. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Für Ordnung sorgen. Okay, jetzt bin ich gespannt. 56.000 HP. Das kann ein langer Kampf werden. Deswegen gehen wir, ja, wie immer vor. Erst will ich Zelda ausstellen. Und dann so weiter und so fort. Wobei, ja, kommt auf an. Wenn er meine Chance Erhöhung annuliert oder verhindert, dann könnte es tatsächlich lange dauern. Bin mal gespannt, was für Fähigkeiten er drauf hat. Okay. Oh, Dragon Ball ist meint. Diese Arms, Alter. Keiner weiß. Einfach. Selden Freezy genommen. Will er jetzt Goku Black oder was? Was kommt denn dabei raus? Total Desk- Oh. Total Deskation. Das sah geil aus, Gott. Zum ersten Mal gesehen. Okay, der Erhöhung sagt uns. Okay, bis jetzt hat er keine Chance Erhöhung gehabt. Dies freut mich. Oh. Oh my yeah. Das ist auf meiner Seite heute. Hm, hm. Sehr, sehr gut. Akkursiv, wie dieser Cell aussieht. Zack. Oh nein. Was mache ich? Egal. Nicht schlimm. Da. Oh nein. Ja. diese modus dazu sagen wie immer aber jetzt jetzt bin ich drauf gespannt was hier auf geht die legendäre zeitrunde der aufschluss genau wie noch den mal wert erhöht unser item und ich sagen wenn ich gegen den kampf Au, ich hatte gerade Angst, dass ich trotzdem verliere. Sturmodus. Cool, cooler Golden Cooler. Ja, jetzt abgesehen von Namen. Oh nein, der hat aufgeh... Oh man, wieso greift er den an? Da schau es gerade an, Schaden's irgendwie aufheben. Was? Okay, okay, warte ab, bis du mit meinem Zier nichts frisst. Warte ab, Junge. Awa, was mach ich? Nervös. Einfach nervös geworden. Halt auf, ihn anzugreifen. Oh mein Gott, was ist hier los, Leute? Was ist hier los, Leute? Jetzt. Oh mein Gott, komm ran. Der ist die Drachenfaust, die dich trifft. Was willst du dagegen tun? Gar nichts. Na gut, so viel Schaden haben wir wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, der hat... Oh mein Gott, guck mal. Was? Nur 4287. Verdammt nochmal. Ihr wisst doch warum, weil er die, unsere Schaden, ähm, unsere Schaden irgendwie aufgehoben hat. Ah, das ist bitter, ganz ehrlich. Oh mein Gott, die machen gar keinen Schaden mehr. Beide schieben, ja, wohin? Oh mein Gott, bitte nicht. Oh je, das wird dauern. Ja, komm ran. By the way, bei so, ähm, Duo-Angriffen und sowas doppelangriffen, wenn du den selben Typus sind, dann aktiviert es extra Effekte, aber ich hatte keinen weiteren Hero-Kaktor. Genau. Armee, Armee, Armee! Krass. Was ist das? Oh, ok. Ah, weil wir Armee angriffen haben, ja, na klar. Oh man, oh Gott, das sieht sich jetzt. Oh je. Oh je, oh je. Nein! Huh? Das ist all nervös. Das ist all nervös. Nein! I don't wanna... Oh mein Gott. Böde, was war das? Ah, jetzt kommt die Legende Goku rein. Stimmt, Goku Blue. Riesenmodus fahren wir nicht, ne? Aber... Kakarot! Kakarot! Kakarot, ich rufe dich! Obwohl du auch nicht so viel Schaden machst. Oh, yeah, yeah. Immer diese... Fünf Jahre Innovation für 2.000 Schaden. Kakarot, komm! Was? Wie viel Kraft? Einfach eskalieren mit meiner Kraftschufe auf Max? Was ist da los? Ey, mein Gott. Kakarot, jetzt komm ran! Kakarot! Nein! Wuhu! Wow, wow, yeah! So, jetzt super! Bam! Ah, es geht, es geht mit dem Schaden, mein Team Geiz soll mit dem Schaden. Es soll denn?! Ich nehme alles zurück. Ah, ich war nervös. Ja okay, jetzt passt er. Jetzt guck ich da kaum einen Bane in das Ding. Nein, greif doch Irmsen! Okay, pass, pass, pass. Oh Mann, ich verwechsel das immer. Egal welchen. Egal, wenn einer auf 1 droppt, äh, 0 droppt, dann geht da nichts mehr. Gut, 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 sehr schön. Ja, das ist ein lange dauert, aber ja, was soll's. Es ist immer so, wenn wir auf Runde 3 kommen. Passiert's halt. Jetzt haben wir Gott sei Dank besiegt. Sehr gut. Ja gut, jetzt jetzt. Was sagst du, dass du sie lassen hast? Wo gefällt dir das? Okay. Krass. Aber so bist du drauf. Schwierig, schwierig. Okay. Aber. Abgesehen davon. Was geht jetzt ab? Es geht runter oder es geht... Ah, die Story geht oben weiter. Käff gegen... Kann das sein, dass wir gegen André jetzt hier kämpfen? Wieder. Zwei Fights. Was? Weltraumpirat Shield. Seit wann sah Shield so aus? Warte mal. Tobi? Ach, das ist gar nicht Shield oder was? Das ist Tobi. Nimm das. Warte mal. Was machst du? Die Arme! Du kleiner Penner. Was soll da nichts mehr so... Lauf dem... Hört mal her. Ihr ewigen Rindviecher. Alter, wie aggressiv. Von diesem Tag an gehört... Ja, mich er bringt den großen Wettkampf. Wer ist das? Ich kenn den nicht. Der hatte nichts mit Shield zu tun, oder? Oder täusche ich mich? Reden die grad von unserem Shield. Freezers Vorfahren. Von dem Special Super-Same Bardock. War der dabei? Wenn ihr tut, was man euch sagt, könnt ihr vielleicht Glück haben und überleben und den Rest eurer Tage in Star Wars verbringen. Wenn ihr euch verjeder setzt, werdet ihr bei lebendigem Leib eingeschritten. Verschatten. Ja! Bitte, junger Mann! Hilfe! Oh, was? Aggressiv? So was sagt man nicht. Nein! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Junge, was? Geh mal weg zur Seite jetzt. Das sollte reichen. Ich will nicht gegen mich kämpfen. Ankick reicht. Hau ab. Ciao. Nächstes Mal gespürt mal an der Nummer. Versuch doch mal, dich mit jemandem anzulegen, der sich wie ehren kann. So wie ich... Ich schaffe dafür, dass er blablabla... Ja, ja. Wer ist das? Ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht. Er kommt aus dem Nichts und ist einfach frech. Was hat er davon? Was sitzt du zu erreichen? Keiner kennt dich bitte. Glücklich. Niemand. Hat überhaupt ne Nase. Ich kann nicht mal die Nase brechen, oder? Ja. 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 Legit. Ich... Ich kenn den nicht. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Wenn ihr wisst wer das ist. Oder ob ich ihn irgendwie verpasst habe, oder nicht überhaupt geachtet habe. Also ich sag vom Special gegen Shield. Meint die unseren Shield? Friesers Vorfahre. Ich hab keine Ahnung. Ey. Könnte schon sein. Irgendein Soldat von Shield? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Alles vergessen. Okay. Der hat so eine... leichte Nase. Ah, der weiß auch nicht ob wenn er Nase hat, oder nicht. Er nicht eigentlich. Deswegen hier. In dem Ast- Brech hat ein Kiefer. Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Von Dich, irgendwie weg. ist keine Lösung. Oh mei. Runde Zeit ist auch keine Lösung. Oh my god. Ah, greift doch noch Zeit mal an. Okay. Aua. Sowas mag man nicht. Oh. Oh. Wei. Hoffmann ist Hoffmann. Du 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 Ah, verfehlt! Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, okay, alles gut. Oh! Du sollst ihn besiegen. Komm schon, wer hat ihn. Oder? Dog Masking? Idee. Oh, ich dachte schon, okay, ich dachte schon. Okay, gut. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich echt gespannt. Also das nächste Gegner sollte eigentlich chillt sein. Schauen wir mal. Gut! Wie konnte ich gegen diesen Jungen nicht niemand verlieren? Komm mal ran, zieh ab! Bring deinen Boss oder wo auch immer du herkommst. Okay, wer ist das, ganz ehrlich? Legit einen niemand und dann ist er auch noch frech. Ich verstehe das nicht. Und dann haut doch noch ab. Jetzt wäre es eigentlich. Ja, okay, krass. Doch, doch. Es muss wahrscheinlich irgend ein Soldat von ihm gewesen sein. Ich habe es halt nur nicht im Kopf gehabt, so. Krass. Wenn man jetzt mit mir keinen Streit spielt, hat Tobi diesen Bereich für die Verarbeitung gesichert. Tobi? Wer ist dieser Tobi? Tobi? Ja, der von vorhin. Aber ich meine, ich habe den nicht im Kopf. So used es war der und du denkst Tobi ist ein Mann oder was? Und chill. Letzte Chance. Ich gehe nach. Ja, bla bla. Komm ran, Junge. Du hast hier keine Chance. Komm, geh mal ein bisschen Beine trainieren. Was machst du da dran? Ja, ja. Komm ran, Junge. Komm! Ich gehe voll aufs Rundezeit. Mir egal. Keine Zeit verlieren, Rundezeit eskalieren. So am Rhyme, ja. Keine Zeit verlieren? Schnell auf Rundezeit eskalieren. Haha. Okay, ich hoffe. Oh mein Gott, das ist super Treffs. Oh je, der mag doch nicht wahrscheinlich. Ups. Jetzt strengths mir. W-W-W-W-W-W-W-W-W. Es wird vergangen, wenn es umge substanziert ist. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Das kann nicht mal LVR-W-W-W-W-W, Da ist W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Ich habe mich aufs Unionsplätze. die 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 ich muss mich auch treffen, jawoll jetzt komm mal ran hoffentlich gebe ich die I-Camps, dann muss ich ja nicht auf die CIA starten I hope so, man, I hope so, lass go ja, ja ja, ja nein, wieso tut der Schadensergung aufheben, verarscht mich doch nicht der zieht das auf die dritte Runde, oh mein Gott auf einmal tut der Schadensergung aufheben, oder was oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein ja, ja ja, ja trotzdem gutschauen gemacht auf jeden Fall oh nee, oh nee was mach ich was mach ich oh mein Gott Oh, nein, das ist überhaupt nicht reingehen, ich kann überhaupt nicht reingehen. Nerven sich gechillt. Keiner will dich, keiner kennt dich. Wieso kämpft ihr eigentlich gegen den? Ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung. Oh, nein. Ich skipp die CAs, die dauert mir zu lange, aus mit euch. Ach du heiliger, Dragon Force hat einfach nichts gemacht, oh mein Gott, ach shit. Ach shit, du kleiner Pedder. Ich hasse doch nicht, was in die Länge gezogen wird ohne Spaß, ey. Boah. Geh, geh. Oh, chill, du kleine Nervensäge. Ich will den Goku nicht rufen, ich will den echt nicht rufen, bitte. Ich hab keinen Bock auf den Goku. Das dauert dann auch noch zu lang. Aber, oh man, schaff ich das ohne den Goku, boah. Oh, Mann. I don't know. Dieser Goku, ey. Das dauert jetzt auch noch. Guck mal, meine Kraftschufe. Eskalation einfach. Was? Oh mein Gott. GG, Mann. Keiner will den so Goku. Wow. 540 Schaden. Oh mein Gott. Was für eine Lusche, ey. Wow. Kacker Dreck. Nice. Oh, bitte beendet das hier. Ja, keine Lust. Oh nein. Oh, dafür haben wir noch kurz. Hey, ich kann nicht mehr, oh. Ups. Jawohl, lange, ey. Oh, endlich raus mit dir, Chilt. Keiner weiß. Das ist ein total sinnloser Kampf. So, Chilt, du Blamage, ey. Ja, raus mit dir. Keiner will dich, ey. Ohne Spaß. Mach mal. Wie lange braucht ihr eigentlich? Das eine kann man ja. Hau ab, du. Ah, ja. Ciao. Klammte Afra, ey. Raus mit dir, ey. Also, Freunde. Lieben Dank fürs Zusehen. Dann sehen wir uns auf FIFA das nächste Mal. Wenn die Story wieder weit. Dorn, wenn es halt wirklich interessant wird. Dieser Chilter ist einfach verlaufen. Chilt und Tobi. Die Legende von Tobi. Keiner kennt den. Naja. Bis zum nächsten Mal. Peace.